Schlafen wir das zu dritt? Nein, wir machen Game Bear. Nehmen dir die Finger da weg. Auch nicht den kleinen? Das ist der Herold, über den machen wir. Sag dir ja davor, der ist Viech. Nein, das machen wir nicht. Egal, wer anbekommt. Sammelt das Ding auf dann. Irgendjemand aber nicht, ich glaube ich. Oder soll ich machen? Komm. Sammelt auf! Jawohl! So, jetzt können wir wunderbar putschen. Zed kommt rein. Ja, Drache ist auch eine Mut ab. Wir haben das schon mal getrunken und keiner hat es aufgesammelt. Wo ist der Buff? Ja, die sind beim Drachen jetzt. Achtung, Pink Ward, Pink Ward, Pink Ward. Zed wartet hier unten in der Ecke. Hi. Hi Zeddy. Da sind es drin. Da sind es drin. Achtung, Achtung, Ulti, Achtung, Ulti. Ich hätte gehofft, dass es reicht, dass es dann abklingt. Nein, nochmal rein. Zweit. Das ist ungünstig. Die wollen jetzt aber hier. Weg! Weg! Sieben, zweit! Klasse! Ah, der hat jetzt echt einen Platz jetzt getrunken. Ja, jetzt machen sie doch. Andere, Ulti? Ja. Ja. Doch. Das kann man ja noch ausfrixt. Da. Alles muss man hier alleine machen. Der hat 79 Farben und sich einen Spinner lassen, wenn wir uns nicht besinnen. Manson hat Herold, Manson hat Drachen. Sag ja, alles muss man alleine machen. Tommi hat Herold da, oder? Im Lock steht der Manson. Ja, nee, ich hab immer den Last Hit gemacht. Tommi hat den Buff. Der Buff ist ja egal, ich hab den Last Hit gemacht. Last Hitten. Ich hab dir mein Mann. Wer ist denn eigentlich dieser Last Whisper, von denen alle reden? Mein Gott! Ist der schlechte Report. Ich wollt grad sagen, hast du diese Reaktionszeit gesehen, ey? Die war ja schon unter... Unter der Überirdischen. Oh, Tommi, der ist gut! Oh, ich sollte vielleicht gehen. Ja, der war wichtig, der Flash. Ja, ja, ja. Warte, 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 warte! Oh! Ein Zeddy! Yin-Yon! Das brannah flesh des Todes! Jetzt müssen sie lauf, weil sie Tage 5 quasi rein gehen! ja, ja, ja